Die niedrigen Wettervorhersage, sag ich mal, die hat ja natürlich nicht recht verhalten. Das bleibt jetzt auch trocken, haben wir entschieden. Wie jedes Jahr, es nähert sich so langsam der Herbst. Es könnte nachher ein bisschen feucht sein von den Straßen. Das Lauf ist feucht und rutschig. In Fitzpeak sind Bauern mit Treckern unterwegs. Also wer die längere Strecke fährt ab 120, der ist jetzt in den Genuss gekommen. Wir machen das nicht. In diesem Sinne, wo ist der Herr, da war er. Echt in der Wingschaden? Echt? Das war die Steine. Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Die Steine ist laufend. Das ist ja so unspektakulär. Ohne ziehen. Wie jedes Jahr ist der Wetterbericht wieder schlechter ausgefallen, als das Wetter nachher tatsächlich war. Es sieht ja eigentlich so langsamer Farbe aus. Trotzdem nähert sich der Herbst so langsam. Das merken wir auch an den langeren Straßen, wo ein bisschen Laub ist. Das kann rutschig sein. Passt auch besonders auf. Wir haben 120 Kilometer fahren. Da haben wir heute Morgen gehört. Einen kleinen Moment, müssen wir noch warten. Kann ich die Zeit ja eigentlich mal nutzen und mich bei unserer Bürgermeisterin. Ja, das ist das sechste Jahr. Jedes Mal kommt sie zu uns. Und freut sich jedes Jahr darüber, dass wir hier die ganzen Radfahrer begrüßen und auch auf die schöne Tour schicken können. Ich bin, 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 ich bin. Ihr kommt auch mal, wenn das keine Bürgermeisterin hier ist. Ja, leider hat sie nachher auch noch eine andere Radstürme. Da ist eine Konkurrenzveranstaltung. Ich teste die mit einer Radwege. Ja, ich weiß. Ich zähle den mal runter. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und los. Ich war da ja noch nie. Das ist dann auch mal jetzt. Männer im norddeutschen Radsport, also im Breitensport. Er neigt zu leichten Übertreibungen, aber ich höre das gerne. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und viel Spaß. Und vor Ort. Die holen wir auch. Bis später. 4, 3, 2, 1, und... Schuhe, Schuhe, Schuhe. Es ist ein Mietchen dabei. Ja, nächstes Mal.